das ist so toll gefällt mich, lass die Geschichte hier wenn wir jemals wieder hierher kommen werden dann können wir sie nochmal lesen könnte, wir werden vermutlich nicht zumindest nicht mehr in diesem letzten Retro aber es ist wirklich sehr schön so, speichern ich finde es schön, dass wir das Grab gefunden haben es wäre schade gewesen, wenn wir es nicht gefunden hätten ist das hier schon wieder einer dieser Baumstämme oder Steine oder so nein, das ist einfach nur ein riesiger Stein ok hallo, junge Dame ihr hättet euch einen leichteren Gegner aussuchen sollen noch leichter? oh, nur warte mal haben wir das verpasst? hallo schmuggler mit einem Schlag auch mit einem Schlag wieder ein paar schmuggler weg Sonne des Großmeisters Lebensenergie wiederherstellen oh, ich finde die Wolfssachen und so richtig toll hier Bärenhelm ähm Bärenfellhanisch richtig schön Dietrich des Meisters Toll auch der Wolfshanisch sieht richtig schön aus oh, eine Pferde rechter Wolfshandschuh und hier hat sie glaube ich ein ähm eine Wolfsschulterplatte hier, da sieht man den Kopf leicht vom Wolf sehr schön ich finde es auch toll wie weit wir jetzt schon gekommen sind das ist doch immer noch die erste Aufnahme, wo wir richtig erkunden und wir haben schon so viel geschafft du wirst hier den Tod finden du wirst hier den Tod finden halt, der lebt so äh krieg ich den jetzt nicht oder was na toll der ist hier wahrscheinlich wegen dem Baum hier na toll kriegen wir ihn nicht äh Altar von Thron wir gehen mal kurz da runter oh, da ist ein Schiff noch mal ein bisschen zurück damit wir den nächsten töten können noch mal ein bisschen zurück so ah, der hat nichts für uns nichts für uns ah, ein bisschen Lieder ok, wir sehen uns das hier mal an das sieht nach Seema aus ein Schneewolf Schneepelz zwei Stück cool Schneewolf tausend ok Kapitän Roberto Jodoin ist mal gestorben Journal das Windschiff das Windschiff wir haben es gefunden wir haben das Windschiff gefunden Leute hier das verschwindende nein das Windschiff aus Flicken das Windschiff ist bis jetzt nicht zurück äh wo ist es ähm ich sollst dann fliegen und nach einem Hügelgrab im Auge einer wolfsförmigen Felsformation namens Hoth muss Fluch suchen die nur aus der Luft zu erkennen ist um mir das Hügelgrab zu gelangen muss man den Namen des Wolfes der Hoff und Tötete aussprechen und jage und jage ok Tagebuch von Kapitän Roberto Jodoin Kommandant Moujean Expedition Eintrag 1 Heute ist es soweit Bouchons Windschiff scheint stabil genug zu sein und die Wandschaft ist bereit die Segel zu setzen wir werden in Richtung Nord-Nordwest reisen dies wird die Insel solzum erreichen laut Bouchons Angaben liegt die Hoth 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 genannte wolfsähnliche Formation irgendwo in der Nähe der Mösringberge das Hügelgrab das wir erforschen wollen befindet sich beim Wolfsauge wir werden Bouchons kostbaren magischen Gegenstand holen und in einigen Tagen zur Gülde der Magier zurückkehrt sein was könnte dabei schon schief gehen Eintrag 4 verdammte Beschwörer Hixenmeister Erfinder Wissenschaftler und ihre gesamte akademische Sippe Bouchons hatte mir versprochen dass ein Windschiff halten würde und es genau wie ein Schiff auf dem Meer zu segeln sei alles Lügen diese Monstrosität steht kurz davor auseinander zu brechen wir verlieren immer wieder einzelne Teile seit wir Aldron verlassen haben erst vor einer Stunde haben wir eines der demärischen Zahnräder des Hauptantriebs verloren wenn dies eine Fregatte oder eine Schalupe wäre würde ich sie schon durchbringen aber zu versuchen ein Windschiff zu steuern ist als würde man in einem Fass mit einem Löffel als Ruder in den See stichen Eintrag 6 Land in Sicht Eintrag 7 Es ist nicht ungewöhnlich dass ein Matrose ein wenig nervös wird aber der Agonia hatte vollkommen den Verstand verloren ich hatte ihm bevor wir Aldon verließen wiederholt gesagt dass ein Windschiff am Himmel segelt und nicht auf dem Wasser er meinte dass er verstanden habe aber seine Furcht vor der Höhe muss schließlich die Oberhand gewonnen haben in einem Zustand der Raserei ergriff er das Steuerruder und hätte uns beinahe hinunter ins Meer stürzen lassen mir blieb nichts anderes übrig als ihn zu töten schwimmt in den Wellen war sein Name und bis zu diesem bedauerlichen Zwischenfall war er ein gutes Mitglied unserer Mannschaft ich hätte ein Seebegräbnis vorgezogen aber in Anbetracht unserer Situation blieb uns nichts anderes übrig als ihn über Bord zu werfen wir haben aufs Meer gezielt aber das Windschiff triebt mittlerweile über Solzheim daher fürchte ich dass wir das Wasser verfehlt haben und sein Körper irgendwo an der Südostküste gelandet ist weißt ich ob wir den noch finden irgendwann Eintrag 9 wir haben Hoffmanns Fluch gefunden wenigstens darin hat Bruchamp recht behalten die Wolfsformation erstreckt sich von Westen nach Ost mit dem Kopf und Auge am östlichen Ende wir werden nach einem Landeplatz suchen und dann das Rosmund Hügel Grab erkunden vorausgesetzt dass sich Bruchamp nicht wieder in der Lage geirrt hat ich muss außerdem anmerken dass wir langsamer fragen kommen als es mir lieb ist es ist eine fürchterliche Kälte in der Luft und ich traue den dunklen Wolken nicht die sich über den Bergen zusammengezogen haben Eintrag 11 wir wurden von einem Schneesturmhain besucht wie ich ihn noch nie erlebt habe ich hatte einen Sturm befürchtet aber so etwas hätte ich mir nicht und nimmer vorstellen können Fruchamps Konstruktion bricht an den Nähten auseinander und ich glaube nicht dass wir unsere Höhle hätten halten können man könnte nirgendwo landen doch landen müssen wir Eintrag 12 tot alle sind tot ein tot der größte Teil der Mannschaft würde bereits im Abschluss des Windschiffs Windschiffs die wenigen Überlebenden fielen schnell der Kälte zum Opfer nur ich überlebte der Fettus U muss Lager machen Schnee blockiert mir den Weg in den Lagerraum des Schiffes ich gehe am morgen in das Hügelgrab ich kann kaum schreiben ach so das Absicht meine Hände sind beinahe erfroren Eintrag 13 so kalt so kalt so hungrig Wahnsinn ergreift ergreift nicht ich kann es fühlen ich sehe Augen Nachtaugen Wolfsaugen höre sie so hungrig Wolfsauge kommt heißer Wolf so kalt wir nehmen es mit Stahldolch ja nee lassen wir mal rostiges Metallstücke Feuersalze oh sieben Fackeln die können wir auch mal mitnehmen ja Mist jetzt sind wir ein bisschen zu belastet so das ist ein Lagerfeuer Manolos Virins ok also das hier soll offenbar das Wolfsauge sein Hoffmanns oh da es wurde uns auf der Karte markiert so wie es aussieht ich fand das Frag des abgestürzten Windschiffes und las das Tagebuch des Kapitäns anscheinend hatte die Besatzung das Hoffmann das Hoffmann über gefunden bevor es jedoch landen konnte wurde das Windschiff von einem Schneesturm überrascht und stürzte in die Berge ich muss das Tagebuch des Kapitäns an Luis Borshams zurückgeben vor der Gilde der Magier von Aldrun auf Wadenfeld es wird ihm beweisen was mit dem Windschiff und seiner Besatzung geschehen eine Zwergen Statue na lol ich komme hier offenbar nicht rein François Marcard sehr schön der Windschiff so wie es aussieht da liegen auch noch nein da liegen keine sind oder die 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 das ist fast kaputt so wie wollte ich jetzt eigentlich weiter ich wollte eigentlich hier so nach oben da nach rechts weiter und dann habe ich das schiff gefunden ich wollte eigentlich eigentlich wollte ich diesen alt alt finden er ist ja da oben glaube ich dann habe ich das schiff gesehen also hier wäre ein altar keine ahnung vielleicht ist ja irgendwann mal wichtig dann ist es schön dass wir ihn schon mal gefunden haben das schild mit einem schlag zerstört heftig späte Rüstung hat sich auf 5 Punkte erhört ich habe noch Pfeile glaube ich oder nein nein das war's ich habe nicht genügend Ladungen ok dann machen wir das jetzt folgendermaßen irgendwann bleibst du schon mal hängen jetzt bleibst du mal hier jetzt bleibst du mal hier jetzt endlich so oh Stahlpfeile sehr schön der hat uns aber weit weg geführt ich nehme mal ein paar Tränke wieder wir haben doch sicher irgendwo diese sehr schwachen Lebenswiderstellungstränke für einen Punkt oder so oder zwei Punkte ja hier eineinhalb Kilo da können wir jetzt mal ein paar loswerden so gleich den nächsten bis wir voll sind oder oder die weg sind Sonne des Großmeisters schreckliche Frostpfeile grausame Frostpfeile Stahlpfeile jetzt können wir wieder schießen hehehe hehehe Lebensenergie wieder herstellen ok oh und hier ist ein Eingang Björn speichern wir und gehen da rein ich war hier ja noch nicht oder? nein gehen wir erstmal hier entlang oh was haben wir denn da? oh Dietrich ist Großmeister das lebensendig wieder herrscht aber da können wir eigentlich gleich demnächst wieder nehmen Eiszapfen Eiszapfen ok so weg mit dir her damit so weg mit dir her damit das ist mal ein Kampf ich kann ja jetzt wieder schießen ich kann ja jetzt wieder schießen warum mache ich das nicht? was ist hier los? ich habe ein was ist lo was ist lo äh 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 ok ja hm blöd äh ja gut ich nehme sowieso schon seit über 3 Stunden und 10 Minuten auf ich wollte eigentlich noch so ein, zwei Folgen aufnehmen ähm eigentlich bis uns die Seelensteine ausgegangen sind wir sind hier belastet wir sind hier belastet und ich benutze jetzt die ganze Zeit das Amulet des Gehalten Herzens damit wir schweben können und wieder was tragen können und so und ich wollte eigentlich jetzt äh so lange weitermachen bis wir keine Seelensteine mehr haben die wir benutzt haben um das Amulet des Gehalten Herzens aufzuladen ähm also noch ein, zwei Folgen praktisch hätte ich geschätzt wird das dauern und dann wäre ich halt nach Plage zurück hätte alles aufgeräumt und so und dann hätte ich halt die Folgeaufnahme beendet aber ähm wenn Mauro Wind abstürzt und ich eh schon 3,25 Stunden fast aufgenommen habe dann Leute werde ich für heute aufhören und wir machen beim nächsten Mal weiter wenn wir wieder in diese Höhle reingehen und hoffen dass es nicht nochmal abstürzt ich hoffe es lag nicht daran ansonsten werden wir diese Höhle meiden oder alle zwei Meter speichern Na gut also dann bis morgen Ciao